Hey Leute, ein kleines Vorwort zum Video. Ich habe einen kleinen Aufnahmefell gehabt, nämlich, dass ich mein neues Mikrofon, das AUNABC 900B USB-Mikrofon, nicht eingestellt habe bei meinem Aufnahmeprogramm. Und dann hört man halt nur meinen Aufnahmekameraden, nämlich den Anton diesmal, Bankiva YouTube heißt der. Der Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Und zwar habe ich halt mit ihm aufgenommen und mir ist es dann erst nachträglich aufgefallen, dass ich halt keinen Ton habe. Man hört zwar ihn, also es nimmt vielleicht ein bisschen den Spaß, würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie, naja, es nimmt schon irgendwie ein bisschen weg. Schwer zu sagen, was es jetzt ist, aber egal. Ich sage einfach mal, im nächsten Video ist es wieder behoben. Und dann sage ich ja mal viel Spaß mit dem Video. Konnichiwa. Vankiver, genau, Vankiver. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau, ich habe da nur Standard-Kit drin, ich bin hier auf dem Akkord ziemlich neu. Okay, alles klar, alles klar. Okay, wir können jetzt erstmal das Standard-Kit probieren. Also dann nur 16 Pfeiler, dann können wir ja alles ausgeglichen. Alles klar, warte, wo bist du? Bist da oben irgendwo. Das war richtig auf Fail. Nein, ich wollte noch Lava sein. Er hätte ich mal draufgeschlagen, nein. Ah, fuck, alter, richtiger Fail. Ich wollte jetzt in Lava setzen und so und dann... Ah, da hätte ich mal draufgekloppt. Ich wusste nicht, dass es nur ein halbes Herz war. Ein Herz, wie viel flottest du? Ein halbes Herz, glaube ich, ne? Eins, ja. Ah. Ah, zum Glück. Ah, das sind direkt rein. So läuft. Na gar nicht eingespielt oder wie? Ja, ja, ich weiß. Aber, ähm... Wollen wir wieder mit deinem? Das einfach einmal abwechselnd machen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das... Ne, ist ja auch so. Ah, das ist ja so. Warte mal. Lass wieder Lava treffen wir eben. Ach, da bist du. Okay, dann. Schlapp mich. also das war ein schöner longshot in weit von hinten ich wollte manchmal bist du so ganz kurz unsichtbar weißt du das war schlecht von mir ich muss ja auf jeden fall treffen hat man schon echt krassen vorteil hast du ja du hast aber nicht lange gar nicht genau jetzt da war richtig Yo, come on Ja, ja, klar, ich weiß so ich weiß das war ah ja ich schieße und dann nein nein hat wieder nein scheiße ich kann keine Pfeile mehr jetzt habe ich schon wieder welche die 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 Alter, das war richtig witzig. Läuft einfach. Alter, du wolltest auf mich drauf und ich hatte voll Glück, dass ich dich da getroffen hatte. Immer hintereinander, ne? Oh, 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 oh. Weißer, das war schlecht von mir. Naja, mittel, ne? Ja, Alter, so ein... So, so übelst in Longshots treff ich. Ja, ich hasse mich an der Kopf, scheiße. Scheiße, Alter. Ja, dann hättest du mich sofort gekillt. Wow, die lebt bei dir auch, oder? Ja, ja. Rinsen, Bruder. Aha, don't... Razor Returns. Oh, Alter. So wie voll... Ich suchte ja den ganzen Tag durch. So schön, auch auf dem TS-Camp, wo die eben beinahe so ein bisschen suchten. So mach ich das, so gefällt mir das. Jetzt würdest du die Potion werfen, aber... Null! 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 Nein! Ah! Ah, jetzt... What? Schön, das wäre ja auch einfach still und ging gar nichts, ne? Scheiße. Fuck! Kann sein, ne? Musst du mich erstmal ein bisschen... Scheiße, Alter. Scheiße. Ja! Jo! Haben wir? Komm, bitte schnell. Stirb, stirb, stirb. Ich hab nur noch ein Herz. Ja. Nein! Nein! Scheiße! Zeit, wir los. Weiter geht's. War ein kleiner Fail zwischendurch. Ja, die sind interessant. Okay, nice. Ja, Low Ground. Wow! What the fuck, das war ja voll Kombo auch bei dir. Von dir. Ah! Ja, das... Okay, warte, jetzt bin ich wieder dran mit dem Kick, genau. Weißt du noch, wie viel... Wie lange willst du so aufnehmen? 15, 15, 10 Minuten, wie lange? Ja. Ja, 10, 15. Ja. Ich bin so hochkonzentriert beim Pfeileschießen. Keine Pfeile mehr, scheiße. Au! Was war das? Ja, doch, ein bisschen habe ich. Alter! Du schießt. Du schießt. Du schießt. Ich bin so hochkonzentriert beim Pfeile zu machen. Okay, nur Oniswad. Okay, noch Oniswad. Wir triffen uns eigentlich beide ziemlich gut. Ne... Nein, hier hast du einen jetzt. Scheiße! Lass doch mal einen Oni-Smoth machen, das war gut. Ne, mach einfach mit deinem Kicklitz. Ja, guck. Jo. Ah ok, dann passt das ja. Perfekt, ja. Wie einfach jeder hier reingeht, um low ground zu bekommen. Jo. Nein, der Tochter hat aber auch gesessen, aber ich hab dir eigentlich eine Tochter mehr gegeben. Oder zwei. Ja. Ok, GG auf jeden Fall, war richtig gut. Ok. Ok. Oh, das Wort. Oh! Ok. Scheiße. Ich hab 15 Sekunden. Ne, 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 ne. Ah! Wenn ich das jetzt gewinne, ne? Ja! Ok, mein Mikro hat eventuell übersteuert, aber egal. Das war alles gut. Feige. Also machen wir ohne Bogen mit allem... Ach so gut, ist dein Pizzer. Wer jetzt gewinnt, der hat... Der hat... Na ja, der hat 80 Zentimeter dann. Ja! Ok, GG auf jeden Fall, richtig cooler Runde hier. Ja, ich kann ihn dir verlinken. 200. Jo. Juhu! Ciao! Ciao! Ciao!